Da ist eine Fliege, ja. Die nimmst du auch gleich mit, he? Aber da ist ja nur eine Lupilono. Die Lupilono, lass sie kurz. Jetzt hat sie die Fliege gegessen. Okay, jetzt müsste sie glücklich sein, ne? Die Lupilono da drin bewegt sich ja auch nicht. Okay. 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 Ja, ja, knuddeln, Emily, gell, wie immer. So, ist gut. Sehr gut. Man interessiert uns das Essen, wenn man auch die Dinge haben kann, ne? Wie schön. Wie schön. Jetzt aus. Super. Sehr gut. Gut. 12, alles gut. 12, Emily. Super. Gut. Fertig. Ja. Ja. thanks. line